lebensupdate servus der helmut ist hier aus thailand aus nisan die erste aufnahme mit der neuen firmware also mit der neuen software von der dji osmo action und ich hoffe dass es nicht das letzte video wird ich bin nämlich jetzt gerade als update zu meinen kreuzschmerzen auf dem weg nach chayapum in eine klinik ich war gerade bei der massage und da hat man die koi also eine freundin gesagt sie könnten super arzt da wird man gleich als spritze reinjagen und alle schmerzen werden weg sein und ich hoffe dass das auch hier in dem wind sich so geht und nicht dass man irgendwie ein drittes knie irgendwie aus dem rücken auswächst und da bin ich mal gespannt deswegen schalte ich hier mal die kamera ein so geht es ab hier in nisan jetzt an mit meinen rückenschmerzen die maseurin ist super aber natürlich kann die annett ist dies so heilen deshalb bin ich mal echt gespannt wie das jetzt an in chayapum city in der klinik wird einmal schauen noch wie teuer das wird ich kann es so nicht glauben es sollte 180 partner kosten das finde ich super günstig mal schauen mal schauen wie es wird wir sehen uns wir sehen uns noch hoffentlich eigentlich jetzt ist er stehen geblieben es ist jetzt gestern irgendwie schlimmer geworden statt besser jetzt gerade momentan geht es mal nach der massage geht es mal direkt immer so ein stück weit besser obwohl die massage brutal die ist echt brutal schmerzhaft aha okay ich muss mal auf toilette update eigentlich überhaupt zu meinen kreuzschmerzen und zwar die schmerzen wie ich sie habe das kenne ich eigentlich gar nicht ich würde interessieren was eigentlich schmerzt bei mir ich habe so das gefühl ich weiß nicht sagt man das kreuzbein dazu da wo die wirbelsäule in ins becken quasi einsetzt das ist so mein gefühl dass da genau diese das eigentlich auch kreuzschmerzen hatte war ja eigentlich nicht immer so alles entzünden alles das weh ich habe das komische ist wie ich sonst kreuzschmerzen hatte war ja eigentlich nicht immer so alles entzünden alles tat wie ich konnte das eigentlich oft gar nicht wirklich lokalisieren wo es jetzt eigentlich weh tut weil das war immer so er ja wo es wenn es mal eingeschossen hat dass man da einfach wahnsinnig weh getan hat übrigens ich habe jetzt sind wir gesichtsbeleuchtung bei der neuen software drinnen ich weiß nicht ob es jetzt besser ist in der in der kamera es ist hier schon es fangt an zu dämmen ja und deswegen wird mich das ist so wie jetzt wie ich jetzt sitze ich sitze total schmerzfrei auch wenn ich auf dem moped sitzt total schmerzfrei ohne irgendwas aber wenn ich dann den fuß drüber heben will übers motorrad habe ich das gefühl ich breche da wir echt so das gefühl ich ich breche in der mitte auseinander und das ist irgendwie sehr komisch ist auch jetzt gerade vorhin bei der massage da kam mir das auch so vor wenn ich eben die die beine so spreize auseinander macht das genauso da in diesen knochen ich habe echt so gefühl in dem diese knochen würden da irgendwie so aneinander reiben oder ich weiß nicht wie ich das sagen sollte ja da habe ich das gefühl das bricht auseinander zwischen zwischen ja gefühl auseinanderbrechen ist übertrieben aber so in der art ja als ob das so das becken von der wirbel und die wirbelsäule sich so ja als ob das ja auseinander wegbrechen würde oder so deswegen bin ich ja neugierig es ist wahrscheinlich gar nicht so wie das sonst kenne irgendwie von den bandscheiben oder so aber man weiß es ja nie sondern ich habe echt so das gefühl das wäre du hast du hast ja hinter dieser so piersa platte auch irgendwie du hast also diese knochen da und da fühlt sich das so extrem an wenn ich eben die sage wenn ich jetzt sitze da denke ich mir fehlt nichts ja doch wenn ich ein bein anhebt dann geht genau der schmerz uns komische ist wenn ich das jetzt so mache dann habe ich echt das gefühl wenn ich rechte bein hochhebe schmerz das auf der linken seite und wenn ich linke bein hochhebe schmerz das auf der gegenüberliegenden seite aber ich weiß ja nicht wie man fühlt die knochen fühlt man ja normal eigentlich ja nicht wirklich aber das ist so das gefühlte fühlen erlebnis ja jetzt sind wir schon bald wir haben noch fünf kilometer oder so bis nach chayapong city und dann mal schauen was der arzt sagt weil in den knochen rein spritzen wird der mir wahrscheinlich auch nicht können bin ich echt neugierig was passiert aber wenn das so wie ich bist ja da drüben in der massage völlig verzweifelt da kommt jemand daher sagt hier da gibt es einen guten ich hatte mal schmerzen sie hatte in den ellenbogen extreme schmerzen konnten nicht bewegen dann war die bei dem der dir da direkt in ellenbogen rein gespritzt und danach ging es ja gut dann bist schon irgendwie ja würde wahrscheinlich auf jeden quacksalber in meiner situation reinfallen ja dann bist du ja alles klar egal egal mir muss mir muss geholfen werden so in der art also ich muss mir ich muss mir helfen in irgendeiner art deswegen sind wir jetzt dahin in der europäische wird das gute ist danach kann ich mal endlich mal in die bierbar gehen von der die ich da kennengelernt habe letztens da kann ich dann in der bau mal vielleicht auf den jenken landring jenken wie sagt man dazu schäfe sie auf dem cocktail gehen dahin oder so mal gucken also wir sehen uns heute noch und jetzt das passt eigentlich irgendwie auch so ein wenig zu dem wie so in thailand funktioniert wie so in isan abläuft also wir sind jetzt wie du siehst ich bin ja direkt grassiert neue haarschnitt zwei tage später ich bin jetzt wieder hier in der landeshauptstadt auf dem weg zum mohr zum doktor sombad das ist ein knochendoktor warum weil es ich habe noch immer kreuzschmerzen ist noch immer also ist nicht besser geworden es war mal besser dann ging es jetzt die letzten tage hat das gefühl eher schlechter warum sage ich es ist heiländisch wir kommen hier an dass ich bin da bei der massage gewesen mit der kreuz sagt ja ich kann dich dahin waren erzählt mir halt von dem knochendoktor dann frage ich auch noch ja und hat der auf und so ja wenn man da hinfahren ich sage noch ruft einmal an dann war die koi irgendwie mal weg die masseurin war da war ich die masseurin wo ist jetzt an die koi ich dachte wir fahren jetzt dann gleich dann sagt die ja die ist da dieser anrufen die klinik am anrufen aha da ist ja super so die koi kommt wieder herein ich frage ja und alles klar fahren wir ja fahren wir wie lange haben die auf ja da sagt ihr noch die haben auch bis es heißt nun tun sie ist das ist in thailand da wissen die netz dass du wenn du am zebrastreifen bist dass du vorfahrt hast weil die manchmal noch nicht so geschickt beim denken sind ja dann frage ich die koi alles klar sagte ja der hat nur bis 7 uhr abends auf müssen wir gleich losfahren gibt zwei sachen erstens wir waren um halb sieben hier sogar bissel vor halb sieben das erste der war trotzdem aber schon zu und der hatte wahrscheinlich auch nicht gerade erst vor drei minuten zu gemacht das zweite ist ich frage dann die koi sagt doch ich dachte du hast doch hier angerufen was kommt die antwort ja aber die nummer die nummer hat nicht funktioniert ich habe noch wahrscheinlich eine alte nummer die hat nicht funktioniert das war irgendwie so die griffung oder denkst du ja alles klar gut sehen wir 70 kilometer hier her gefahren umsonst 70 kilometer wieder zurück ist ja auch spaßig im auto zu sitzen so und heute heute musste michis mutter ins krankenhaus und deswegen ist gut dass ich hier mitfahren konnte gestern ging das ja gar nicht gestern hier herfahren gestern war nämlich regenfall regengüsse hier weiß nicht wo überall in thailand aber zumindest in chayapung jetzt immer wieder geregnet das mit dem motorrad konnte ich ja nicht hierher fahren gestern da oder könnte man schon aber das wäre halt da ziemlich komische sache und deswegen bin ich jetzt an ihr auf dem weg zum moor zum knochendoktor und ich hoffe der hilft mir langsam schwindet meine hoffnung aber ich habe echt das ist unglaublich wenn du dir nicht bewegen kannst auch wenn du nicht richtig gehen kannst das ist schlimmsten deswegen hoffe ich der wird mir helfen also wir sehen uns gleich beim doktor jetzt bin ich behandelt beim arzt aber nicht mit einer spritze direkt ins kreuz wie ich das sonst kenne spritze in den popo mexiko meint euch wie es wird also ja zumindest der arzt hier hat zumindest kompetent gewirkt die schmerzen ich weiß es nicht fühle ich mich jetzt besser irgendwie habe das gefühl es wäre ein bisschen weniger schmerzhaft aber nicht weg ja schade dann mit der spritze direkt ins kreuz wie ich das kenne aus österreich dass die schmerzen weg sind kenne ich hier gibt es hier nicht ich rede mit denen hat er nicht gibt es nicht verstehe auch nicht alles was der sagt hat man irgendwas erzählt ja ich wenn ich ins krankenhaus gehe bla 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 dann eventuell oder doch nicht als immer so ein bisschen schwierig ich hätte doch ein dolmetscher mitnehmen sollen aber okay ich war gleich dran es war keine wartezeit war cool kommen hin krieg die spritze und habe ich jetzt meine medikamente eingepackt die wochen gepackt überhaupt muss ich mal gucken könnte immer sein dass meine aufregung irgendwie was vergisst habe ich mit habe auch tabletten bekommen das ist wieder die sache inklusive tabletten inklusive allen drum und dran hat das 200 watt gekostet das sind und sind das sechs euro in etwa wahrscheinlich das ist an und für sich da hat ja ich glaube das geht in europa nirgends also in österreich auf keinen fall und in deutschland wahrscheinlich auch nicht dass ein arzt ist eine spritze kriegst für sieben tage tabletten also wie viele tabletten habe ich gekriegt 28 38 stück tabletten wobei ich halt gar so ein freund bin mit tabletten tabletten das ist oder denke ich immer dass die spritze halt ja auch nicht aber mit den tabletten bin ich halt so gar nicht so wirklich freund aber was will man machen was soll ich machen es ist schade vielleicht auch hier schicksal annehmen eine gute idee sagen kreuzschmerzen schicksal annehmen ich habe ich versuche es ja die ganze zeit schon mit den kreuzschmerzen dass ich die da jetzt nicht irgendwie ignorieren möchte, sondern annehmen möchte, was sie mir sagen möchten. Ich versuche wirklich darüber zu meditieren, seit Tagen habe ich ja Zeit, kann ja sonst nicht viel was machen. Bis jetzt noch keine Idee, was es sein sollte. Ich glaube ja auch immer nicht, dass alles vielleicht direkt mit dem Karma zu tun hat, ich weiß es aber nicht. Mal schauen, wie es wird. Das ist jetzt hier meine Erfahrung. Eins, weil mit den Kreuzschmerzen, Update, haben mich echt viele Leute gefragt, was ist mit dem Update, so sieht es aus hier. Du gehst ins Krankenhaus. Es ist schwierig, vielleicht wäre das normal im Krankenhaus ganz gut gewesen, aber wie gesagt, da bin ich einfach weg, weil ich, alles was gesagt wurde, war irgendwie, ja Lüge ganz einfach. Naja, es wird dich ein Doktor spritzen. Auf einmal kommt eine Krankenschwester daher. Der eine sagt, ja, wird eh direkt in die Wirbelsäule gespritzt, danach, na intravenös. Und dann hatte ich einfach Angst, dass mir da ein drittes Knie irgendwie aus dem Rücken rauswächst, wenn die mich das spritzen, weil ich nicht wusste, dass ich gar Vertrauen mehr. Und nach betrachtet, ja, wäre es wahrscheinlich eh okay gewesen, gut gewesen, dass der Schmerz weg wäre, aber okay. Mal schauen. Auf alle Fälle, der Knochendoktor hat mir zumindest mal Fragen gestellt, auch wie ich gesagt habe, was ich kenne, dass man sich vorbeugt und so weiter, dass er mal so ein bisschen das sieht, wie das zustande gekommen ist. Ich hatte zumindest das Gefühl, aha, der möchte wissen, durch die Fragerei, das Heingrenzen, was passiert ist, was passiert sein könnte innerlich, weil er als Arzt weiß ja auch nicht genau, was passiert ist, aber die Möglichkeit zu verkleinern, was passiert sein könnte. Ja, daher, vielleicht hat es den aber auch nicht interessiert, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie bist du wahrscheinlich auch eine Nummer, die durchrennt, ja, 200 Watt passt schon raus, wieder nächster rein, 200 Watt. Wenn wir 20 Patienten in der Arzt haben, in der Stunde sind das 4000 Watt die Stunde, oder ich weiß es nicht. Irgendwie hatte ich auch ein bisschen so das Gefühl. Will ich Ihnen aber nicht unterstellen, das ist nur mein Gefühl eben dabei. Ja, jetzt habe ich sozusagen frei, das ist mein Video-Update zum, was man macht hier, wenn man Kreuzschmerzen hat. Es ist, ich sagte, es ist schwierig, ich wäre gerne in Chiang Mai jetzt und ich bin mir sicher, wenn ich ins McCormick Hospital gehen würde, dann würde es da auch wirklich irgendeine proper Behandlung geben, die auch finanzierbar ist. Das war zwar ein Privatkrankenhaus, McCormick muss hier ein, ich meine, ich muss sowieso immer alles selber bezahlen hier, aber das war auch bezahlbar, sagen wir mal so, ein bisschen natürlich teurer als die Öffentlichen, aber auf der anderen Seite, wenn dir wirklich geholfen wird, ist es wieder billiger. Ganz einfach. Das Billigste ist immer das Wirksamste, ist immer das Billigste, egal wie es braucht und das. Da hat man vorher, den habe ich vorher gefragt, wo der Mäu ist, der hat mir das ja, den Weg beschrieben, sehr netter Typ. Ja, das was wirkt, ist immer das Billigste, egal was es kostet, das ist ja die Sache. Es gibt ja keinen Preis, es gibt ja nur, wirkt, wenn es wirkt, dann ist es egal, was es kostet, ob es eine Million kostet, eine Milliarde oder zehn, dann ist es noch immer das Billigste, weil es ist das, was wirkt. Aber bei der Milliarde hätte ich wahrscheinlich Probleme beim Bezahlen. Daher in dem Sinn, ich sage Servus, alles Gute, schmerzfreie, schmerzverzerrte Grüße nach Deutschland. Nein, wenn ich so stehe, schmerzfreie Grüße nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und auch nach Thailand. Es gibt auch einige, die mich in Thailand gucken. Servus und alles Gute.